Hallihallo, liebe Rambazamba-TV-Freunde. Ja, der Kinder-Deal war schnell weg, junge Mädchen, zack, zack, zehn Minuten war es erledigt. Ja, wir kriegen so schnell Ware nicht bei, wir kriegen Ware nicht so schnell verpackt. Die Post DHL, UPS, alle fahren schon, die haben alle Kapazitätenprobleme. Wir kriegen es so schnell nicht mehr weg, liebe Freunde. Lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen aber nach Ostern, nach Vorostern, nicht nach Ostern, jetzt vor Ostern, noch zu Ostern, alle Möglichkeiten ausschöpfen, um euch noch glücklich zu machen. Wir haben gesagt, wir machen jetzt mal einen Kinder-Deal, den machen wir Uni-Sex, also nicht Junge, nicht Mädchen, sondern machen für beide, für alle was rein, wo beide mit umgehen können und spielen können, sodass weder eine Puppe noch ein ferngestaltetes Auto drin ist. Das machen wir und haben gesagt, wir packen mal einen Koffer. Ich sag mal, auf alle Fälle ist drin, ein Überraschungspaket gibt es, das ist die Größe des Pakets, der Kleine war richtig voll, da kommt rein ein Rucksack, da kommen Bastelsachen rein, da kommen hier solche Bastelsachen für Ostern rein, mit den Kindern kann man ein bisschen basteln, Bände zum Basteln, die packen wir mit rein, ein Buch packen wir mit rein, eine Spardose, junge Mädchen, packen wir mit rein, Bastelbänder, hier von Edding zum Beispiel, so eine schöne Wand, die kann man mit bemalen, ein Meter mal einen Meter, zum Bemalen mit Stiften mit allem drumherum, sowas zum Beispiel. Ein Puzzle kommt mit rein und nicht irgendein Scheißpuzzle, das ist jetzt eins für acht Euro. Guck mal hier, wir haben hier richtig schöne Puzzle von Clementoni, Illumination, Journalist Graphics, guck mal hier, Nationalist Graphics, hier, richtig schön, Puzzle mit Multimedia, da packen wir einfach querbeet mal was es so gibt rein, oder hier so eine Schmidtbox aus Metall, die kostet draußen eine 15, die packen wir mit rein, was reinpasst, ich denke mal so 100, 150 Stils werden wir hinkriegen, wir gucken mal wie viele, die Box packen wir voll, es kann aber auch ein Bärchen drin sein, es kann sein, dass wir einen Ball reinpacken, irgendeiner von den Bällen, kann aber auch sein, so ein Pack ist mit drin oder so, oder hier so ein großer Bär, dafür ist dann hier kein Ball und das nicht drin, verstehst du? Also irgendwie packen wir was, wo ihr fröhlich mit seid, das Teil wird voll gepackt und es kommen noch 1,5 Kilo, 1,5 Kilo, oder soll man 2 Kilo machen, 2 Kilo, dem haben wir noch 1,5 gesagt, ja, gut, wir machen die Mitte, okay, 1,8 Kilo Milka-Schokolade rein, und zwar alles, was Milka zu bieten hat, schaut mal hier, wir filmen gerade mal hier drüben, haben wir eben schon mal, da kommt zum Beispiel mit rein hier die Milka-Eier, ja, hier, die Milka-Eier, die großen, ja, da packen wir welche mit rein, 3, 4 Stück, dann packen wir hier drüben Beutelchen rein, Häschen kommen mit rein, kommst du hier durch, schaffst du das? So, dann kommen hier mit rein, was auch immer, diese großen Teile, das da, hier die Häschen, ja, es kommt Milka ohne Ende, die Fröhlungspackung, die Knusperhäschen, egal was, wir packen irgendetwas rein, ihr kriegt Milka für 50, 60 Euro noch obendrauf, ja, Verkaufswert, mindestens, okay, das heißt, die große Kiste, den ganzen Spaß, das nennen wir Kinder-Oster-Überraschungspaket, Kinder-Oster-Überraschungspaket, ich mache einfach mal rund 50 Euro, da ist weit über 120, 130 Euro Zeug drin, kann ich euch gleich verraten, ja, und für alle die, die gleich jammern und sagen, aufhören zu quatschen, kaufen oder lassen, wir haben keinen Bock, uns hier einen Quatsch anzuhören, wir machen Zuggas, wir geben den Leuten so viel für ihr Geld, und da packe ich dann mal für jeden noch einen Bluetooth-Kopfhörer obendrauf, Bluetooth-Kopfhörer, der kostet mindestens einen Zehner draußen, den gibt es dabei, also hast du eigentlich nur 40 bezahlt für den ganzen Quatsch, und für alle die, die jetzt kommen, sagen, das letzte Mal war der Kinder-Deal, zweieinhalb Kilo Milka und hat 36,36 gekostet, das ist der Kinder-Deal vom letzten Mal, 36,36, kleiner Unterschied, oder? Kleiner Unterschied, das merkt selbst der, der gestern aus dem Dschungel mit seiner Bananen unterm Arm abgauen, ich bin der, der alles weiß, gell? Also, schön locker bleiben, bestellen, 100, 150 sind die letzten Kinder-Deals und dann haben wir sie auch, ja, schöne Ostern, tschüss!